das heißt wir sollten uns in hochhaus super war ich mal bei 50 prozent da kriegst von immer watschen und dann ist schon so hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge h1 z1 mit zombie worden und ich nenne dich lp hallöchen guten tag da wir sind immer noch eingekreist von zombie worden hier der andere als auto geklaut ist da hinten stand und ja jetzt müssen wir gucken wie wir hier rauskommen richtig halbwegs gehalt stamina geht auch langsam runter ich würde sagen hier in die richtung an der kirche vorbei ja ich schmeiße mir noch mal eine bandage freuen vor allem mir geht auch langsam die munition für die schrotflinte aus ich habe nur noch vier schuss ich habe die axt noch zur not die nämlich jetzt ganze zeit her ja ich habe auch noch die machete aber weißt ja wie es ist im nahkampf mit den zombies gegen die zombie horten hast du keine chance richtig so ich habe jetzt 72 prozent wo das ist ja schon mal was ich habe 96 bank has been banned for cheating lol to the bank also beim cheaten wenn es die cheater raus ich finde die kommentare also dann lass mal abdampfen also was mich interessieren würde sind die denn auf lebzeiten gebannt oder sind die nur für einen bestimmten zeitraum gebannt glaube auf dauer aus dem spiel das hoffe ich doch mal oder ja hier sind welche ich weiß warum da ist keine tür in dem haus nee sackgasse bist du ihn gelaufen ich war eine sackgasse bist du hinten rum ja ich bin jetzt hinter dir ja du blut ist auch schon wieder fleißig rechts wir müssen eigentlich rechts rum zum auto erst mal gucken ob da eins ist wir können ja mal so zaghaft dran vorbei rennen ja ganz genau da war kein spieler drin die standen da einfach nur so rum rechts und scheiße kein auto gott hier schnauft gott du gott werden da eine base gebaut wahnsinn das sieht ja aus wie eine fliegende untertasse ja wo wollen wir jetzt hin könnte man manchmal steht da hinten auf dem parkplatz noch und ein pick-up okay wenn extra hier nach rein schiede umgezogen sollten wir halten uns hier gerade ein bisschen auf weil hier eigentlich auch vorsicht wolf ist auch noch kann ich ja gerade noch brauchen das sind so checks und so zeug ja sechs werk bänke liegen schuhe rum also kein auto schauen hier noch auf dem nächsten parkplatz wurde überhaupt hin ja johle durch die satsache wie du noch hinter mir ja jetzt bin ich vor dir ein auto haben wir nur noch den letzten parkplatz da drüben ansonsten haben wir da hinten dann häuser ich würde mich ja gerne um den wolf kümmern aber ich treffe den irgendwie während des renns nicht kommt da können wir mal rüber was mal hier das haus oder ja und so rein und raus sind auch alle türen zu der wolf die halt kaputt lässt mir mal die pistole die da liegt so die wolltest du dann gibt mir die weise auch gott die kommen jedoch die geschlossene tür rein ja auch gott der scheiß pack schon wieder drin da läuft man einfach komplett durch alle wände mir für die weifel habe ich gar keine munition scheiße ich aber wenn du die weise nämlich die 380 das sind 380 ja was mache ich denn dann schmeiße ich ihn weg wo sie bogen wegschmeißen auch hier ließ ich blutsäckchen 20 prozent ich sollte mich vielleicht mal ich gucke mal ob hier irgendwo was drin essen steht hier drin wasser steht hier drin aber kein medikett ja ich wollte hinter der tür nachgucken ob da ist ein salzpaket ja da kommt gleich ein zombie durch die wand durch doch kommen willst du mich verarschen oder was da der ist wo war das salzpaket hier sind ganz viele salzpakete warte und sogar mehr oder was ja ja ich guck mal was ich da raus herstellen kann ja vielleicht ein first aid kit das wäre praktisch vielleicht kann ich sogar zwei herstellen das wäre noch besser ich habe saline noch gar nicht hergestellt äh discovered da liegt mir ar 15 kümmern mich mal um bandages in der zwischenzeit wie viel hat denn der 800 ich könnte ja mal gucken ob ich vielleicht ich habe ich habe gelernt zu weibel borscht herzustellen ich kann kein doch hier backpack frame drei metal brackets drei nails müsste doch eigentlich gehen aus dem scheiß den ich hier habe oder kannst du das wieder nur an der werkbank was den backpack frame ich würde gerne größeren backpack nehmen ich glaube den kannst du nur hast du noch purified water dabei ne leider nicht mist drei metal bracket und aus diesem metal shard sollte ich doch nägel herstellen können achso ich weiß was mir fehlt was denn äh holz woher drei wood sticks brauche ich auch leck mich doch am arsch kriegst denn jetzt hier wood sticks her was denn tisch bretter raus ne also ein first aid kit kann ich herstellen ja dann stell mal einen her ich guck mal ob ich hier rest ah ich kann resten ich reste jetzt mal hier am bett dann kriegt der wieder stamina klauft nicht wie ein ochse ja wenn wenn wir jetzt noch einmal purified water hätten oh 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 ja aber da habe ich kein mund für das ist lustig ich guck mal ich glaube da habe ich aber auch keine mund für nee so jetzt bin ich gerestet auf jeden fall so ich habe gerestet habe nix gebracht ach komm ey geh mir doch nicht auf den sack hier ey ich nehme gerade noch mal eine bandage rafting bandages die mittlerweile kommen die nicht nur durch die türen durch mittlerweile kommen die auch schon äh durch die die laufen einfach durch die wand die spacken gell ja ich muss mich gerade mal verbinden warte mal oh grey work boots die hätte ich besser die fallen mir besser ich nehme die so durch graue schuhe und dann ja 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 die habe ich gerade gesehen ich kann dann wenigstens dann auch durch die wand erschlagen und pisse das heißt wir sollten uns in hochhaus super war ich auch bei 50 prozent dann kriegst von ihm auf atschen und dann ist schon wieder vorbei ja hier läuft schon der nächste durch durchs haus ich möchte jetzt auch ungerne schießen ja ich bräuchte mal hier eine bandage wo sind die hier ähm lass mal irgendwie ich würde mal sagen hier raus über die straße in so ein hochhaus rein und hältst du davon ja gleich sobald ich hier aufgehört habe zu bluten macht Sinn ja ich benutze nochmal eine bandage ich muss mir jetzt mal wieder welche herstellen da kommt der nächste durch die wand ich kann ich kann noch nicht mal hier im moment gerade was herstellen an bandages ich habe kein ich habe keinen Stofffetzen mehr ist hier irgendwo eine Waschmaschine ne ich sage ja wir sollten unbedingt da rüber äh crafting bandages äh hier liegt irgendwo zweimal 308 am moon rum wahrscheinlich hier drin 308 habe ich hier ach so ja was hast du ne 380 gell ja äh pass mal auf ich dropp dir hier mal 6 schussverlusten und hier nochmal einen warte ich guck mal ob ich jetzt die munition hier habe und hier nochmal 2 ich schmeiß dir hier mal eine 308 da hin gut und hier habe ich jede menge 380er hingefeuert gerade ich habe nicht genug platz dafür ich schmeiß jetzt erstmal die pipes weg manage so news so jetzt habe ich auch keine ich weiß nicht wo die managees sind was habe ich denn hier empty bottle bracket ich baue irgendwo unterwegs ein paar sticks oder so ja sticks brauche ich ja sticks brauche ich nicht ah was liegt denn hier noch da liegt noch eine schachtel mit mond die habe ich gerade ach so das sind pipes die habe ich da gerade hingeschmissen warte die 380er schmeiße ich dir gerade mal wieder hin weil die kann ich habe ich ja eh keine verwendung für doch du hast ja die 380 ach ja ich komme da immer durcheinander ja 308 also ich würde sagen raus über die straße und da drüben in das hochhaus sind das recht so weit ja auf geht's bevor ich hier gleich verblute kommen die hinterher kompass habe ich schon das ist eine empty bottle das sind alle türen hier draußen braun workbooks also kompass ja wäre vielleicht nicht verkehrt braun workbooks will ich nicht wo ist denn der kompass drin in der anderen mülltonne gut habe ich geh mal hoch wo bist du ja äh erst aufs dach hoch oder was oder fitness ist die vielleicht nicht so leicht ja ich brauche bloß jetzt gleich erstmal was zum verbinden genau also ich bin jetzt ganz oben auf dem dach auf dem dach ist nix also eins runter was ist denn hier gegenüber in die wohnung rechts rein es wird langsam dunkel ja deswegen sag ja hier rein ja mach die tür zu kann die tür nicht zu machen oh müssen wir die andere wohnung nehmen die hat keine tür ja ich glaube jetzt nicht dass die hier unbedingt reinkommen ich bin mal drüben in der anderen wohnung ja mach das ich stelle mir eben erstmal eine bandage her guck mal ob du irgendwo saline findest braun work boots machen wir die tür lieber zu hier macheten liegen hier rum scrap of clothes habe ich gefunden habe ich noch eine bandage die ich mir reindrücken kann ne grad nicht also crafting bandage kann ich auch grad nicht machen hab noch antibiotika jetzt haben wir die in der küche liegen nix haben wir hier drin kaffeepulver habe ich auch noch hier ist auch nix über zu essen also durch diese zombie horden ist das überleben mittlerweile echt glücksfall hat sich geweiht hier diese würstchen zu essen ach gott wenn du escape drückst und gerade aus dem container futterst hab ich da ab oh scheiß liegt hier mal handschellen oder handschellen schlüssel ach das ist eine steckdose ich dachte schon das wäre eine wasserflasche ah ich hab noch mal ein scrap of clothes ich kann wieder eine bandage machen weißt du vorher konntest dich mit den stofffetzen kaputt schmeißen ja und mittlerweile ist es so bist du aber so wie ein irrer du kannst es zwar immer noch dich kaputt schmeißen damit der punkt ist nur oder der unterschied ist einfach ach du bist jetzt in der wohnung drinnen wo die tür zu ist okay kommst grad raus dann können wir einen weiter runter gehen ja äh hier ich geh mal da hinten ist da alles verwüstet hier ich mach mal die tür zu ach die geht gar nicht zu ne die tür zu machen wir im nächsten raum in der nächsten bude und dann haben wir auch schon wieder eine folge hinter uns ja und die zum wissen wir immer noch nicht los na wieder eine folge überlebt sozusagen zumindest bis jetzt oh spool of twine sehr schön genau wieder eine folge überlebt ja last famous words haha ich glaub die zombies kommen hoch ach Gott im anderen raum ist ja ah ja da ist einer ach das sind zwei okay hat er getroppt 308 mun jawoll schnauft dein charakter auch wie ein stier ne bei meiner schnauft wie ein ochse hat sich bei dir irgendwie die farbe verändert vom bildschirm nö habe ich vorhin gehabt da ist das bei mir so gelblich geworden wo er mich getroffen hat ja cool jetzt habe ich die richtigen schuhe schaue ich cool aus weißes sneaker weißes sneaker weißes sneaker weißes sneaker alles vielleicht halte mich das auch ein bisschen hoch und muss irgendwo einen platz suchen geht hier die tür zu ne irgendwo einen platz suchen um die folge zu beenden dann ja ich komme nicht mal raus ne lass mich mal vorgehen ok Crouchen 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 mhm Du blutest immer noch so zur Info ja hier komme ich auch nicht warum auch immer Vorsicht irgendwo was von links hier komm rein ich komme die Treppe nicht runter Crouchen ja du hast recht ja hierzu hierzu der kommt eh gleich durch die Wand da brauchst du hier keine Gedanken machen und komm hier rein warte wirst du da immer eine Bandage zum heilen und dann ist aber auch schon die Folge wieder vorbei also ich bräuchte Pui Fight the Water aber wir müssen hier irgendwo mal ein Feuer machen dass ich das Wasser abkochen kann ich habe auch kein Holz für ein Feuer ne ich auch nicht ja würde ich sagen machen wir alles in der nächsten Folge falls wir übergeben oder genau also dann tschüss tschau